Sie sind jung, sie sind verliebt und sie bringen Leute um. So kurz war das gefasst in dem Trailer, also in dem Hinweisfilm auf den Film Bonnie and Clyde 1967 von der hinreißenden Faye Dunaway und dem tollen Warren Beatty gespielt. Beide Sexsymbole ihrer Zeit in dem Film von 1967 verkörpern sie Bonnie, Elizabeth Parker und Clyde Chestnut Barrow. Beides kriminelle, junge, verliebte, die es tatsächlich gab. Eine Landstraße auf dem Louisiana State Highway 154 zwischen Gippsland und Sales. Gegen 7 Uhr morgens am 23. Mai 1934. Ein Mittwoch, Windstille, 20 Grad im Schatten. 5 Polizisten unter der Leitung von Texas Ranger Frank Hamer hocken neben der Straße im Gebüsch. Schwer bewaffnet mit Maschinengewehren, Schrotflinten und Pistolen. Seit fast zwei Tagen sitzen sie hier zwischen den Bäumen. Es herrscht Langeweile und die Männer werden maulig, wollen die ganze Aktion abbrechen. Aber Frank Hamer hat seine Hausaufgaben gemacht. Das Paar, auf dessen Jagd er geschickt wurde, wird hier vorbeikommen. Es ist nur eine Frage der Zeit. Hamers Befehle sind unmissverständlich. Clyde Barrow und Bonnie Parker sind aufzuspüren und sofort zu erschießen. Und zwar hier und zwar gleich. 13 Menschen haben Bonnie und Clyde bis dato getötet. 9 Uhr 15 Ortszeit. Am Horizont erscheint ein sandgrauer Ford V8 Deluxe Sedan. Das ist der Moment, auf den die Texas Rangers gewartet haben. Ein Auto dieser Marke und Farbe hatten Bonnie und Clyde kurz zuvor in der Nähe von Kansas City gestohlen. Frank Hamer, Ted Hinton, Bob Alcorn, Manny Gould, Henderson Jordan und Prentice Oakley stehen auf, laden ihre Waffen und halten den Atem an. Es existieren verschiedene Berichte darüber, wie Bonnie und Clyde sterben. Im offiziellen FBI-Bericht steht, sie seien vor Hamers Männern geflohen und dabei erschossen worden. Hinton und Alcorn wiederum berichten, ihre Magazine waren bereits leer geschossen, bevor Clyde, der am Steuer saß, den Wagen auch nur anhalten konnte. Belegt ist, dass Deputy Sheriff Prentice Oakley von der örtlichen Polizei den ersten Schuss abgab, ohne auf Hamers Befehl zu warten. Oakleys Kugel trifft Clyde Barrow in die Stirn, über dem linken Auge. Er ist sofort tot. Die Männer schießen und schießen und schießen, werden den Rest des Tages taub sein. Sie schießen auf den mittlerweile rollenden Wagen alles ab, was sie haben. Bonnie Parker hat Zeit zu schreien. Einmal. Später werden ihre Bestatter berichten, es sei schwierig gewesen, ihr Gesicht wieder richtig zusammenzusetzen. An Ort und Stelle wird das erste Beweisfoto geschossen. Ein sandgrauer Ford Sedan, zerbeult am Straßenrand, die Türen aufgerissen, die Reifen platt und schräg. Eine junge Frau liegt, blutüberströmt, die Arme in einem unnatürlichen Winkel hochgezogen, auf dem Beifahrersitz. Ihr Kopf, was davon übrig ist, liegt auf der Schulter des Fahrers, der im Schatten der Fotografie verschwindet. Ein Polizist mit Hut und Anzug steht neben der Heckklappe und macht weitere Fotos. Clyde ist 25, als er stirbt. Bonnie 23. An der Stelle, wo Bonnie und Clyde starben, findet man heute eine Gedenktafel für die sechs Polizisten und einen symbolischen Grabstein für Bonnie und Clyde. Daneben ein kleiner Parkplatz für die wenigen Touristen, die sich an diesen verlassenen Ort wagen. Manchmal liegen Blumen an dem Stein, häufiger jedoch Zigarren oder Whiskyflaschen. Bonnie und Clydes Leben endete in einem Kugelhagel auf einer Landstraße in Louisiana. Am 23. Mai 1934, heute vor 90 Jahren.